hallo liebe freunde des teilen reparieren und selber machen herzlich willkommen zu unserer nächsten folge in der es heute darum geht wie läuft so ein standard prozess bei uns ab was passiert wenn jemand das erste mal zu uns in die werkstatt kommt oder auch wenn jemand regelmäßig kommt so dass sie einfach da mal einen kleinen einblick bekommt in die prozesse bei uns dazu habe ich hier was vorbereitet weil wir natürlich nicht aufgeräumt haben werde ich euch hier symbolhaft mal mit in die werkstatt reinnehmen so wir gehen davon aus dass die person hier zur tür reinkommt und dann meldet sie sich an der theke an dort ist immer wenn wir offen haben haben wir immer dort ist immer ein thekenheld vor ort wenn er gerade nicht da ist immer noch kleine klingel hier und das heißt die person meldet sich der thekenheld sagt moin wie geht's was schon mal bei uns hast du schon einen haftungsausschluss ausgefüllt und damit werden wir schon beim ersten dokument das ganze sieht so aus hat vorder und rückseite blende es mal hier ein und zwar geht es einfach grundsätzlich um name anschrift und so weiter und die person erklärt damit dass sie hier alles auf eigene verantwortung macht sie akzeptiert die agbs ja die haben wir aushängen bei uns in der werkstatt gibt es aber auch auf der webseite sind mehrere seiten lang lese ich euch jetzt natürlich nicht vor könnt ihr selber machen für andere werkstattbetreiber gilt natürlich wie immer wenn ihr da interesse daran habt gebt einfach bescheid könnt ihr alle von uns haben zusätzlich zu den agbs sollten die leute sich auch noch die werkstattregeln durchlesen die sind eher so ein bisschen lustig gemeint aber glaubt mir jeder dieser punkte hat hat seinen grund dass er da ist die brauchen wir alle da drauf dann als nächstes bei dem haftungsausschluss wird eben noch anerkannt dass wir einen werkstattrundgang machen bei dem werkstattrundgang der macht werden wir ein eigenes video dazu machen das verlinken wir euch oben in den links oder packen solche unten in die infobox aber nur ganz kurz da könnt ihr auch bei uns auf der webseite also wie gesagt diesen 3d rundgang hier von google streetview style könnt ihr bei uns auf der webseite anschauen aber eben auch diesen hallenplan das heißt da wo wir jetzt gerade auf dem bild waren wer hier vorne am empfang wir gehen dann mit den leuten einmal durch die werkstatt durch zeigen ihnen alle bereiche zeigen hier die sicherheitswand die notausgänge welche maschinen sie gleich benutzen dürfen welche nur nach einweisung und der rundgang dauert zu fünf bis sieben minuten oder fünf bis zehn minuten und je nachdem wer ihn macht und welche fragen gestellt werden und genau wenn das alles durch ist dann tragen wir die person auf unsere werkstattdecke ein das ist dieses dokument hier das heißt wir tragen den name ein datum und uhrzeit wann die person kommt und dann kann sie loslegen später bei der abrunde ob es ein privates oder gewerbliches projekt ist später bei der abrechnung schreiben wir dann rein ob noch irgendwelche spezialgeräte also laser kreissäge drehbank 3d drucker was auch immer findet ihr auf unserer preisliste genau und am ende wenn die person fertig ist und sagt alles erledigt projekt abgeschlossen oder für heute fertig tragen wir noch mal uhrzeit ein und eben ob sie mit oder ohne elektrogeräte gearbeitet hat beziehungsweise wie viel zeit davon dann ob sie zum beispiel abonutzer ist und welche spezialgeräte hier oben noch verwendet wurden und am ende wird das zusammengerechnet und danach kann man bar oder ec oder mit gutschein bezahlen ausgefüllt kommt es dann in so einen ordner rein das heißt hier muss ich natürlich abdecken datenschutz und so das heißt jeder jeder nutzer kriegt eben pro tag ein dinger und davon haben wir wir haben knapp so 400 nutzungseinheiten im tag das heißt 400 nutzungseinheiten im monat und das heißt wir kommen so auf 100 blätter im monat natürlich schlecht wegen den ganzen armen toten bäumen und deswegen versuchen wir jetzt auf ein digitales system mit odoo das ist so eine art erp system und kassensystem da werden wir jetzt umstellen aber auch dazu wird es dann eigene videos von uns geben genau das wäre es jetzt erstmal so das wichtigste zu dem zu dem thema wie läuft so ein standard prozess ab das ist natürlich jetzt die die lang version für leute die das erste mal die werkstatt kommen und davor die werkstatt noch nicht genutzt haben wenn aber schon jemand schon mal da war den haftungsausschuss ausgefüllt hat die agbs und die werkstattregeln akzeptiert und eben diesen rundgang gemacht dann läuft beim nächsten mal viel einfacher ab dann muss er nur noch eingetragen werden auf den werkstattdeckel beziehungsweise ins dann ins system dann kriegt er von uns die werkzeuge und kann loslegen und für fragen sind wir natürlich jederzeit an der theke da also der der theke hat ist halt immer die frage ob der in dem fachbereich know how hat oder ob man die leute untereinander auf untereinander verweist ja dass die nutzer sich gegenseitig helfen oder wenn jemand spezielle frage zu holz oder zum metall hat dass man sagt hier an in zwei tagen ist jemand an der theke der metall bereich mehr know how hat und dass dann die leute einfach auf anderen tag verwiesen werden genau das war's von uns für heute und ich hoffe es hat euch spaß gemacht wenn ihr fragen dazu habt kommentare schreibt rein schreibt uns die mail und bis zum nächsten mal frohes schaffen